Hey ihr faulen Säcke, ihr könnt uns moralisch unterstützen oder ihr könnt rappeln oder so. Ich geb dir auch mein Tambourin. Das sind Kollegen-Schweine. Die machen einfach früher Feierabend als wir. Ja, kann er. Jetzt noch ein kleines für die junge Dame neben mir. Danach brauch ich ein Sauerstoffzelt. Ihr habt das auch schon ewig gespielt. Mal gucken was wir raus. Und jetzt noch ein kleines für die junge Dame. Ja, kann er immer wieder raus. Ja, kann er nicht so gut sein. Ja, kann er immer wieder raus. Ja, kann er nicht so gut sein. Ja, kann er nicht so gut sein. Ja, kann er nicht so gut sein. Aber jetzt auch nicht so gut sein. Das war's für heute. 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 Ich hätte mal eine Frage, ne? Also, Mike hat echt lange gefragt, ne? Bitte, 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 dürfen wir hier auch mal auftreten. Und dürfen die wiederkommen? Ja! Okay, Jungs, Mädels, weiß der Bescheid. Vielen Dank. Ist der Schreiner irgendwo in der Nähe? Ja, weißt du, was ich jetzt gemeinste fand? Und ich hab A, ich hab A, versucht, nicht mitzusingen, damit ich jetzt überhaupt noch singen kann. Und B, hab ich mich jetzt schon so verausgabt, dass ich überhaupt nicht weiß, wie ich die nächsten drei Stunden noch überleben soll. Aber deine Stimme ist jetzt warm, das ist doch gut. Und ich hab ihn, das war's für heute. Ich hab ihn, das ist doch noch nicht.